Ja, ein Naturspektakel, das habe ich noch nicht gesehen, dass die auf der Palme sitzen. Nein, das ist mir neu auf den Bäumen, da habe ich sie überall gesehen. Ja, da kommt jemand mit seiner Musik vorbei, das bin nicht ich, nein. Schaut euch an, wie schön das aussieht hier, die sich putzenden und gefiederpflegenden Tiere. Ja, heute am Strand gesehen, nicht am Strand, aber auf dem Weg zum Strand. Schaut euch an, was für ein schönes Spektakel sitzen die Seidenreihe hier in der Palme. Und am angrenzenden Baum. Also ich habe schon viel gesehen, aber das hier noch nicht. Nein, auch da drüben sitzen sie. In der nächsten Palme, das muss ein ganz geselliges Völkchen sein. Man sieht sie immer in Gruppen irgendwo. Und da fliegen sie dahin. Irgendwo lassen sie sich wieder nieder. Wieder in die andere Palme, da vorne. So, da sitzen sie jetzt. Ja, die haben sich hier ganz schön vermehrt, die fühlen sich hier wohl eine Neuerung sozusagen hier bei uns. Auf der anderen Palme ein Stückchen weiter drin sitzen sie auch. Und die Papageien hier, die Lautstärken, die sind heute ganz leise. Die fliegen zwar wie wild und aufgeregt hier rum. Was für ein schöner Anblick, ja, was man nicht so alles am frühen Morgen hier am Strand Richtung Strand sieht. Und dann geht's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020